Hallo zusammen, ich bin Benjamin, mache zuzeit meine Ausbildung in der Buchhandlung Strafwachen in Bern als Buchhänder und in einem Kötti-Miaut-Tag. Hoi miteinander, ich bin Lara, ich bin im zweiten Lehrjahr im Moral Fessi-Kramhof und bin jetzt gerade am Bücherungsalphabet in Räumen. Den ganzen Tag umgegangen von Sachen, die einem so gefallen, ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Ob schon mal der ganze Tag auf den Beinen ist, geht man am Schluss vom Tag aufgestellt aus dem Laden. Ich finde es sehr schön, in so einer Branche zu arbeiten mit so einer extremen Sortimentsvielfalt. Zu unseren Aufgaben gehört die Bestellung der einzelnen Bücher und Recherche nach bestimmten Titeln. Zu unserer Hauptaufgabe im Buchhandel gehört natürlich das Kundengespräch. Besonders gefällt mir an meinem Beruf die Nähe, wo er zu den Kunden kann. Ich finde es schön, ihnen eine Freude zu machen. Die Liebe zu Büchern, Bezug zur Sprache und Freude am Kundenkontakt sind Sachen, die man sollte haben, wie man in der Buchhandlung arbeiten sollte. Vielen Dank für das Inne-Schauen in unseren Alltag und wir hoffen, dass wir bald ein paar von euch werden sehen werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020